Ich bin Firas Chate, ich komme aus Syrien. Ich wohne hier in Berlin seit drei Jahren und ich bin Comedian, Schauspieler und Filmemacher. Das Leben in Deutschland ist eine Solidaritätsgemeinschaft, genau wie die Pinkqueener zusammenleben. Wenn jemand helfen, dann helfen die Leute gerne den anderen. Und ich bin dieser Pinkqueener, der von draußen gekommen ist und die öffene Gesellschaft muss mir einfach einen Platz drin geben, damit ich nicht alleine sterbe von kalt und da draußen bleiben. Ich verstehe die Angst. Ich kann immer Angst vor fremden Leuten haben, aber ich verstehe nicht den Hass. Damit wir in Frieden leben können, müssen wir einfach mehr Zeit geben. Den Hass bekämpfen, aber nicht mit Hass, nicht direkt die Leute, die nicht die gleiche Meinung auf der Ecke Nazi stellen, sondern vielleicht mit denen reden, verstehen, warum die Angst haben. Ich und die meisten Flüchtlinge sind von Terroristen geflüchtet. Ich will einfach meine Freiheit haben, ohne Angst zu haben. Ich wünsche mir für die Zukunft dieses Multikulti hier einfach bleiben, wie es ist oder noch besser wird und nicht schlimmer auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, mein Wunsch momentan. Und ja, das war's.